So, moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner Reise durch die apokalyptische Zombie-Welt von 7 Days to Die. Ja, gestern sind wir hier stehen geblieben in der Pop'n'Pilz-Quest, haben uns hier hochgeframed. Dann wollen wir hier jetzt mal die nächste Etage angehen. Das wäre hier hoch, ne? Okay. Ja, stimmt. Wir hatten ja gestern noch hier oben die Jungs platt gemacht und Mädels, die uns fast geplättet hätten. Wir haben auch unseren Geschütztum neu gestehen. Genau, und der war hier drauf. So. Da unten ist irgendwo unser Gepäck vom letzten Mal. So, gab es hier noch irgendwas? Irgendwas Gutes? So, ne. Er drückelt ganz schön, ne? Ey, hallo! Internet. Ja, genau. Was ist jetzt kaputt hier? Ey, wenn er jetzt abschmiert, ist das natürlich auch scheiße, ne? Also, GeForce Now sehr zu empfehlen, aber tatsächlich nur mit einem vernünftigen Provider. Ja, definitiv. Ich hätte geschworen, dass es hier Geier gibt. Ach, nehmen doch die Federn nicht immer mit. Junge. So, gibt es hier irgendwas? Stromzähler und? Haben wir viel verbraucht hier? Kann man nicht erkennen. So, aufgeladen bin ich. So, nehmen wir noch ein bisschen Benzin mit hier. Immer wieder schön. Steine im Loot, ey. Das gehen wir auch. Am Anfang, ja. Erste Level da. Ne? Ersten zehn Level von mir aus. Oh. Einer? Nein. Hier kann doch nicht nur einer sein. Es steht sogar noch auf. Hier waren noch mehr beim letzten Mal auf jeden Fall. Naja, ich nehme auch nur einen. Habe ich keinen Stress mit. Nö. Einer ist ganz gut. So. Wo kommt ihr denn weg, Jungs? Jetzt stirbt doch endlich meine Fresse, ey. Mann. Wollen wir das? Na, gucken wir gleich mal. Müssen wir ja wahrscheinlich noch. Ja, das und das nehmen wir mit. Den Scheiß lasse ich da. Papier ist sowieso immer gut. Das haben wir ja beim letzten Mal nicht geschafft hier. Wo hat der denn jetzt hier rum gebrüllt? Albi! Alter Kekskollege, du. So. Heute ist aber auch wieder Scheiße, ey. Ist ein Ruckeln hier. Manchmal weiß ich aber auch nicht, ob das wirklich noch Vodafone ist oder ob das dann in GeForce-Servern liegt. Ich bin da noch unschlüssig. Oh ja, jetzt geht's gleich wieder zur Sache. Hinter dem Tor da. Hier, das ist doch... Mist! Was ist denn das jetzt hier? Meine Fresse, nee. Ehrlich. Mann, das geht mir so auf den Sender. Da zahlst du teures Geld im Monat. Dafür, dass die es nicht auf die Kette kriegen, ey. So, mein Kollege hier. Oh, oh. Können wir irgendwo hin flüchten? Wo sind die eigentlich alle? Hä? Ich mein... Hallo! Wo seid ihr denn? Oh Mann. Wie kriegen wir die denn da weg? Wie kommen wir denn an die dran? Von wo aus? Äh, shit. Wie kriegen wir die denn alle hier? Da sind so viele. Ja, so viele wie das sind, kriegen die die Scheibe wohl gleich im Arsch, ne? Da haben sie sie schon durch. Guck mal, ein paar können wir schon töten hier. Ja, guck mal, wenn die da so schön durchglipschen, ne? Das ist doch gut hier, ne? Ja, das ist doch genau richtig so. Ja, der kriegt nur noch. Es hat noch nicht 4 Uhr. So, jetzt schön langsam, ne, Jungs? Da sind noch ein paar. Gucken, ob wir die von hier irgendwie kriegen. Wo sind die denn jetzt alle noch hier? Hä? Ja, da kann ich ja bald nicht drauf warten, oder? Ernsthaft? Ne, kann ich nicht. Wenn die viel zu früh aufwachen, wo hat er denn hier was durchgebrochen? Sehe ich denn irgendwo was da oben? Schön unmütlich so, ne? Wo sind die restlichen jetzt? Da kommen wir noch hin, ehrlich, ey. Da kann ich doch jetzt nicht drauf warten, bis die mal alle durchbrechen. Es sind 3, 4 Stück, die kommen wohl von alleine. Also manchmal habe ich echt das Gefühl, GeForce Now wird immer schlechter. Müsste ich schon wieder an den Kasten, dann gibt es doch bald auch nicht mehr. Ich muss echt gleich mal aussortieren, was ich gar nicht brauche, ne? Ja. So, Knochen und so. Können gleich weg. Jetzt haben sie es durch geschafft. So, hier ist ein Lauterbach kommt noch. Da sind noch einmal 2 beschäftigt, so. Ne. Im Moment noch nicht. Die hole ich mir jetzt erstmal. Die letzten 2 hier. Wo sind die denn? 3 sogar, ne? Guck, die sind doch auch da. Ja, komm, hau doch mal. Ah. Guck, die ist ja auch bald. Nee. Die kommt von draußen. Der auch. Meine Fresse, ey. Besuch kommt auch stetig. So, ist das. Ja, kommt noch. Meine Fresse, dieses Geruckeln nervt jetzt aber tierisch, ne? So, was haben wir da jetzt? Warte. Mach mal voll. Mach mal hier. Und hier. Und. So, die einmal voll. Die wieder voll. Die brauchen ja Ewigkeiten. Ehrlich, ey. Da. Schon eher hier schön von hinten. Äh, da. Gucken wir mal, ob die jetzt wieder hier erreichbar sind. Was sind die denn jetzt hier? Ja, dann kommt doch endlich. Ich warte doch Ruhe. Scheiße. Wenn die nicht bald mal kommen, da. So, hier, das wusste ich. Habe ich fast geahnt, dass die hier dann alle kommen, ne? Ah, hier ist die große Waschmaschine. Wir müssen entweder eine Kiste bauen. Kann ja gar nichts mehr sammeln hier. Also hier ist doch noch ganz gut erreichbar, ne? Dann bauen wir uns da mal hier eben so ne Truhe auf. So, das kann erstmal raus. Äh, Truhe. Eine. Da kommt schon wieder einer. Hallo du. Und tschüss. Und jetzt gucken wir mal. Äh, da kommen schon wieder tausend Ernas, ey. Okay, eine. Das sah nach mehr aus. Aber, nö. Na, endlich, komm. So, einer noch. Ja, Mädel. Na, endlich hast du kapiert, wo du hin musst. Mann. Der ist ja unbelievable. Ehrlich. So, da kommt noch irgendwo was. Ja, verteilen wir mal hier. Äh, nee. Die bleiben bei mir. Die können zerhackt werden. Wo sind denn meine ganzen Verbände? Da. Okay. Warte mal. Nein. Das und das. Und den. Steht die wieder auf, bestimmt, ne? Nö. Gut sie nicht. So. Das noch weg. Holz wollte ich noch behalten, ne? Ja, den Rest muss ich, Mann, behalten. Ja, hier die Pilze. Die kann ich auch später noch holen, ne? Ja. Oh, trinken muss er mal. Katastrophenrunde hier schon wieder, ne? Hier kommen halt mehr von draußen rein, als hier im Gebäude sind, ne? Ehrlich, ey. Hier, das hat ne Dreierrunde hier. Wir sind ja noch lange nicht durch hier. Den hatte ich gerade. So, komm, weiter im Text hier. Ich konnte ja gerade gar nichts mehr sammeln hier. So, hier hatten wir geguckt. Hier ist noch was drin. Hier die große Waschmaschine. Aber. Oh, shit. Shit, shit, shit. Ah, jetzt kommen wir noch so eine Spinnenjunge an. So. Das haben wir aber auch wieder gut überlebt hier, ne? Ja. Das Geruckel geht mir tierisch auf den Zwirn, aber... Da können wir heute nichts dran machen. Wenn wir hier durch sind, werde ich mal den Router neu starten. Ob der ein bisschen abfuckt. Aber ich glaube das noch nicht. Das ist ja weder der Server auf GeForce, der hier rumfuckt oder wie immer Vodafone. Ey, guck das mal an. Das ist schon wieder voll. Das ist doch nicht mehr normal hier. Echt jetzt? Bring mal wieder weg den Scheiß. So, hatte ich das? Ja. Aber den hatte ich noch nicht. Noch so ein Gerät. So. Irgendwo will da schon wieder einer rein. Und Hunger hat er auch immer noch. Ah, komm hier. Eins und Ditte. Und wieso ist der so? Naja, weiter im Text hier, ne? Ich esse doch gerade. Hallo, uff. Ah, die eine Überraschung, die haben wir ja uns gerade selbst genommen. Indem die alle schon vorher lebendig waren. Und schon kannst du wieder weiter... Ja, hier. Wech. 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 Zerlegen. Ah, hier. Zerlegen. Zerlegen. Jetzt bin ich natürlich am Über... Jetzt habe ich die 50... Oh. Ich bin wieder weggepackt. Ah, eine Schiene. Ja, die ist gut. Ähm. Hier. Kamen wir her, ne? Ja. Ich glaube, ja. Die ist verschlossen. Ich glaube, wir kamen von hier. Ne, Quatsch. Da sind wir durch. Ja, genau. Okay, da ist verschlossen. Da habe ich ein bisschen was ausgepackt. Den, habe ich den? Ne. Den hatte ich noch nicht. Dann habe ich noch nicht. So, aber das haben wir alles, ne? Ja, dann. Gerät. Vollgeladen. Wie viel Schuss haben wir hier noch? Ach, reichlich. Reichlich. Ich glaube, hier war wirklich nix, ne? Ne. Aber. Sicher ist sicher. Tod ist er ja. Und fast wieder hier. Ne, diesmal wollen wir halt mal ohne sterben versuchen, ne? Ich weiß, hier gibt es immer so kleine Fallen. Wir müssen halt einfach aufpassen. Papier gibt es hier auch gut, ne? Wie viel kommt da immer raus? 25. Oh. So, mussten wir da hoch. Gucken wir doch mal. Hier gibt es bestimmt auch irgendwas oben. Wir kommen nicht durch. Was? Wieso nicht? Wollt ihr das sagen? So. Und kann er da drauf machen? Ist denn mal aufhören zu klopfen? Der nervt. Das kannst du schlucken. Ah, guck mal hier. Bücher. Bücher sind immer gut, ne? Wenn man das Drohnenrezept drin wäre. Manu. Das ist jetzt aber blöd. Soll ich doch angeblich keine Ausdauer mehr verlieren, ne? Ne, da komme ich aber auch nicht durch. Ne. Dann können wir hier runter. Und dann geht es für uns wo weiter? Da gleich, ne? Ne. Die ist verschlossen. Nicht einfach immer so da rein stürmen. Siehst du? Deinen Mülleimer gibt es auch nicht. Hier ist auch nur ein kleiner Lootraum. In jeder Menge Scheiße drin. Also das hätte ich nicht gemacht, ne? Diesen Schrottloot hier rein. Weil Steine, wenn ich die brauche, dann sammle ich die draußen. Die wollte ich aber zumindest mal hier zerlegen, ne? Wenn ich Steine brauche, sammle ich die von draußen. Und das ist einfach so. So. Ja. Shane, Shane, Shane. So. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal eben schnell zurück zur Kiste. Lade unseren Kram da aus. Ja, macht ja keinen Sinn hier schon wieder so vollgepackt, ne? Natürlich nehme ich den extraordinär langen Weg. Zack. So, das Weg, das Weg. Hm. Aber mehr nicht. Ja, doch das. Und das kann auch noch weg. Und das und das auch noch. Immer wieder Neulinge hier. Dann lass mal gucken hier. Der nächste Gang. Und dann geht's weiter mit sammeln. Oh, den guten Kaffee. So. Hier ist auch noch einer. Oh ja. Essbares ist auch immer gut. Kaffee. Und schon sind wir gleich wieder voll. So. Noch ist es alles easy going hier. Erstmal gucke ich hier komplett durch. Bevor ich das Tor da entriegel. Schmeiß. Schmeiß das raus, schmeiß das raus, schmeiß das raus, zerleg das, trink das, zerleg das. Den können wir noch weg. Okay. Hier soll keiner sein. Da ist noch mal. Da ist noch mal. Irgendwo kommen ja welche. Aber wo? Hm. Ich habe Schritte gehört. Die kommen aber von draußen, ne? Hier scheint niemand zu sein. Da oben ist einer. Der kommt aber von draußen, ne? Der gehört nicht dabei. Ja, gut. So. Ist die Musik auch schon wieder aus. Hier waren die doch vorhin alle, ne? Ja, da haben wir doch hier schon mal ordentlich was recht gemacht. Halt, 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 halt. Was ist denn hier? Oh, eine Kiste. Da ist eine Leiter, da ist eine Kiste. Habe ich die letzte mal eigentlich gesehen? Ich glaube nicht, ne? Und den nehmen wir so mit. Und dann würde ich schon bald sagen, wir gehen hier gleich in die dritte Runde, ne? Ähm, wie komme ich hier jetzt raus? Äh, raus hier, hallo, aha. So, wo kommen wir denn hier raus? Hier war ich ja auch noch nie, oder? Aha. Oh, okay. Hä? Aha. So. Viel Medikamente, aber ist klar. Wo kommen wir denn hier wo raus? Hä? Hier war ich noch nicht. Oh, ich bin schon wieder verschissen hier. So. Ich könnte schon wieder zur Kiste gehen, ne? Ja. Nicht jetzt. Hier war ich letztes Mal nicht. Collision Center. Cooler Name. Ne, hier war ich beim letzten Mal. Definitiv nicht. Geil. Cooler Ausblick, wenn es nicht so ruckeln würde. Okay. Da oben scheinen einige viele zu sein. Aha. Äh, hier. Wieso kannst du nicht? Ach so, du bist da unter dem Band. Aha. Oh. Wo die, wo alle wieder sind, ne? So, wo bin ich eigentlich? Hier. Ja, komm. Wir gehen mal hier den Weg weiter, wie es sich gehört. Wir kommen hier nochmal wieder hin. Boah, geschmiedeten Stahl nehmen wir gern. Jetzt ist die Frage. Den kannst du mal trinken. Und den auch. Und dann kannst du mal die Spaghetti essen. Und dann nimmst du den Stahl noch mit, ne? So. Ähm... Was kann ich jetzt noch? Was wollte ich noch gemacht haben? Äh, den aufladen natürlich. Oh Mann, ey. Und dann gucken wir doch mal. Ja, ja. Jetzt... Töte sie alle! Oh. Boah. Alles so gelbe Wichter, ne? Was ist denn da jetzt drinne? So. Dann haben wir überlebt. Dann kann ich hier Alue nehmen. So, dann kann ich nochmal zurück zur Kiste. Ohne Flachs. Muss doch mal zu der Kiste. Muss das alles nochmal wieder ausladen hier, du. Kannst du meinen, man trifft hier jeden Moment auf jeden. Ah, ja. Ja, wenn die mal alle kommen würden. Wie behalte ich noch? Das, 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 das. Das behalten wir doch. Patronenhülsen. Ah, ja. Ein paar von draußen hier. Du Spinnkind. So. Oh, nee. Oh, nee, ey. Hallo. Boah, ist das grauenvoll heute. So. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wat eine Scheiße, echt. Ganz traurig hier, ganz traurig. Mein Gott, ist das am Ruckeln hier. Ja, ganz klasse hier. Hier, er läuft von ganz alleine. Ich hab gar keine Chance. Hä? Ah ja, moin. Äh. Könntest du die Jungs mal erschießen? Da hab ich auch noch nicht hinter geguckt, ne? Aber egal, wir gehen erstmal hier weiter. So. Jetzt, ach hier, die Scheiße, ne? Die hätt ich mal so machen können. So, aber ihr Lieben, ähm, für heute war's das auch schon wieder. Oh, da geht's gleich auch noch mal weiter für uns, ja. Äh, später. So, ja, wenn euch die Reise hier heute gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend. Äh, schöne Ostern. Und bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.